Musik Keine Schau und keine Show ohne perfektes Styling. Star Haarbotschafterin Sylvie van der Vaart strahlend schön, so wie es die Fans gewohnt sind. Ihre Partnerschaft mit einer der großen Marken im Haarproduktebereich macht den Auftritt nötig, aber als lästige Pflicht empfindet das selbsternannte Haarmädchen die Messe Top Hair nicht. So eine kreative Mischung, Leute, die ein Ziel vor Augen haben, mit ihrem Salon, mit ihrer Kreativität, mit ihrer, ja, was die einfach machen wollen. Und die Shows hier anzusehen, dabei zu sein, dabei zu sein zu dürfen, ist für mich wirklich ein Highlight. Auch Stardesigner Michael Michalski ist auf der Top Hair nicht fehl am Platze. Zwar designt er eigentlich Kleidung, hier seine neueste Kollektion, aber schon sehr früh widmet er sich auch dem Look der Models bei der ersten Modenschau. Für mich ist das eben eine ganzheitliche Geschichte. Natürlich ist die Kleidung und die Schuhe und die Accessoires, die mache sehr, sehr wichtig. Aber wenn es eben um die Inszenierung geht, um die Kollektionsidee zu transportieren, ist es eben auch wichtig, dass die Haare und das Make-up, die Kleidung, das Casting, die Produktion, also wie sieht der Catwalk aus, was für Musik läuft da, was für ein Licht ist da, dass das alles aus einem Guss ist. Auf der Bühne derweil Natascha Ochsenknecht, Charmine Charivar und Mariella Ahrens. Alle voll durchgestylt von Shan Rahim Khan. Ich bin im Alltag eigentlich normale Mensch. Ich mache mir einen Pferdeschwanz und raus geht's. Also mehr nicht. Wenn ich morgens aufstehe, sehe ich so aus und ja, muss dann erst mal das Nest richten. Aber trotz der Top-Produkte wie Haarspray, Wachs und Klemmerchen, selbst diese von Star-Corpheuren kreierten Kunstwerke werden die Nacht nicht überleben. Und das freut am Ende doch alle hier. Morgen dann bitte alles neu und alles anders.